Am Sonntag. Irgendwann kommt jedes Geheimnis an den Tag. Die Baugrube, in der sie den Toten gefunden haben, ist letztes Jahr am 7. September zugeschüttet worden. Ich hab hier ne Vermisstenanzeige. Mit Ernie Mangold. Wer da ist schuld am Tod meines Sohnes? Das war alles nur Show. Dass sie für Florians Tod verantwortlich sind. Nur Show? ORF Premiere. Nach Herrschaftsdaten! Tatort. Sonntag, 20.15 Uhr. ORF 2. In der Welt an der Welt. Als Etwas.